Jammomo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Der Fernier ist immer noch da, dieses Mal. Und ich weiß nicht, was der so macht, aber wir gehen auf jeden Fall zu den unheimlichen Höhlen. Es ist unser nächster Boxenstopp, den wir brauchen. Fernier hat auch ein bisschen meine Putze da, ein bisschen verschönert mit den Lampen, die ich haben wollte. Fand ich sehr nice. Aber der hat auch das Zuhause noch ein Ende. Nö, bei Stahl bin ich knapp. Ich kann keine mehr bauen. Ich dachte, dein Zuhause ist bei so einem Stahlding. Das Neue oben auf dem Berg nicht mehr, da ist gar nichts. Das war nur wegen der Location ausgesucht, weil ich da halt Leute über die Klippe schmeißen konnte. Ich hatte auch einmal gesucht, du hattest ja mal erwähnt, dass es eine Location gibt, wo es Eisen und Blei gleichzeitig gibt. Habe ich nicht gefunden. Die gibt es nicht, aber es gibt eine, wo es Schrott und Blei gleichzeitig gibt. Achso, achso. Aber es gibt noch eine Location, wo es Erze gibt, ganz nah beieinander, von Blei und Eisen. Die ist unten in der Nähe vom Vault 63. Ich glaube, das ist bei mir auf der Karte aktuell auch markiert, der Standort. Das ist so ein sammelbares Zeug oder was? Ja, genau, die Erze, die du direkt aus der Erde nehmen kannst, wo du doppelt so viel kriegst, wenn du in der Baggerrüstung steckst. Was ist denn jetzt passiert? Plötzlich stehe ich im Nebel. Hä? Ist du irgendein unheimliches Viech jetzt oder was? Das Alien oder was? Wo bist du denn überhaupt? Ich muss mir hinterher reisen. Ja, okay. Das war gerade so ein bisschen dunkel, düster. Und plötzlich zack, Nebel. Das war seltsam. Ich glaube, hier ist nichts. Hast du schon mal gegen das Flatwood Monster, also hier gegen dieses lila Alien gekämpft, mit noch anderen Viechern in der Nähe? Nee. Das hat nämlich eine Fähigkeit, jeden NPC, den das mit seinem Strahl trifft, kann es quasi in seinem Team spielen lassen. Das heißt, da durch das Vieh durchgerannt, mit einer Horde Supermutanten. Das schwenkt da einmal drüber und statt auf das Vieh zu schießen, haben sie alle auf mich geschossen. Hat doch alle so einen komischen Liederschleierraum drumherum. Der kann Gedanken kontrollieren für den NPCs. Oh, die unheimlichen Höhlen. Mal gucken, was hier so unheimlich drin ist. Und du Futter. Vermutlich der Nebel, ne? Ja, das kann sein. Ah, da hinten steht ja 205 bist du schon. Hast du nicht beim letzten Mal 195, als wir uns gesehen haben? Mh, müsste ich ins Video gucken. Ja, auch PvP gibt ja auch ganz gut XP und wenn da so ein abendlang ein Haufen Idioten ankommen. Ja, es gibt doch keinen PvP-Modus mehr. Naja, aber es reicht schon, wenn du welche am Ego kratzt und die immer wieder angeschiss kommen. Achso. Apropos, wie sieht jetzt eigentlich die Weekly aus? Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ja, die ganzen Waffen werden jetzt richtig teuer. Ich schließe die Vault 94 Mission Flutung ab. Der ist ja crazy. Kann ich ja meine Sachen teuer verhökern. Ja, da unten geht's weiter. Alles klar. Und hier. Werkarbeiterhut. Schade. Das sah aus wie ein Kopf. Ich habe mich schon gefreut. Ich würde mich freuen, wenn ich nochmal sowas finde. Einen Platz habe ich auch noch frei. Rein theoretisch sogar zwei. Der Fluch des Wendigo Teil 1. Willkommen zurück, verehrte Hörer. Es ist wieder an der Zeit, über das hinaus zu blicken, was sie für wahr und richtig haben. Zeit, ihren Geist der seltsamen, unerklärlichen und manchmal erschreckenden Welt zu öffnen, die in den Schatten der unseren existiert. Hier werden Mythen, Legenden und Gerüchte wahr. Ja, es ist Zeit für neue Geschichten. Und was willst du mir sehen, was sie hier? Pst, ich höre gerade. Es heißt, Geld sei die Wurzel allen Übels. Wenn also Gier keine Grenzen kennt und nicht kontrolliert wird, welche anderen Gelüste könnten dann noch geweckt werden? In der heutigen Folge, Der Fluch des Wendigo, geht es genau um diese Frage. Unsere Geschichte beginnt in der Corvega Autofabrik in Huntersville, West Virginia. Besitzer und Geschäftsführer Richard Moore ist bekannt dafür, alles an Profitabilität aus seinen Arbeitern herauszupressen. Hm, ausgezeichnet. Ausgezeichnet! Boss, haben Sie kurz Zeit? Sicher, Bill. Kommen Sie rein. Diese Produktivitätsberichte übersteigen alle Erwartungen. Freuen Sie sich schon mal auf einen dicken Weihnachtsbonus. Klingt toll, Boss. Aber mir ist unten in der Produktion aufgefallen, dass die Plutoniumabschirmung etwas zu stark beansprucht wird. Ich habe letzte Nacht angeordnet, dass das Band dort 20% schneller läuft. Das klappt schon. Nun, ich verstehe ja, dass Effizienz wichtig ist. Aber wenn die Plutoniumzellen nicht richtig gekühlt werden, dann haben... Ach, kommen Sie. Hohes Risiko, hoher Gewinn. Verstehen Sie? Für die Arbeiter ist das aber ein sehr hohes Risiko. Die werden sich bei mir bedanken, wenn sie ihren Bonus bekommen. Ohne Geld kommt man nicht... Warnung! Versagen der Abschirmung. Warnung! Versagen der Abschirmung. Die Kernabschirmung ist gerissen. Wir müssen weg hier. Kommen Sie, verschwinden wir. Äh, was ist mit den Männern am Band? Für die armen Zweifel können wir nichts mehr tun. Hoffen wir, dass wenigstens wir es schaffen. Schatz, wir sind zu Hause. Bist du wach? Willkommen zu Hause, Ma'am. Ihrem Mann geht es schon viel besser. Die Strahlenbelastung ist zurückgegangen, wie der Doktor sagte. Wunderbar. Danke, Godrich. Godrich, schau mal, meine neue Spielzeugpistole. Ist die nicht toll? Ein wahres Wunder, Master Jim. Übrigens, Ma'am. Mr. Richard hat wieder einen ordentlichen Appetit entwickelt. Seit dem Mittagessen hat er schon zweimal gegessen. Und er scheint immer noch Hunger zu haben. Ein gutes Zeichen. Ja, das sind wirklich gute Neuigkeiten. Bist du das, Schatz? Sag mal, hast du Steaks mitgebracht? Wie ich erwähnte, hat er jedes Steak, jedes Fleischbällchen und jede Wurst verputzt, Ma'am. Meine Güte. Tut mir leid, Schatz. Ich gehe morgen zum Metzger. Er ist sehr beharrlich, oder? Ja, Ma'am. Sehr. Leider stimmt aber nicht alles mit dem Familienoberhaupt der Moors. Schalten Sie nächste Woche wieder ein und erleben Sie das spannende Ende von Der Fluch des Wendigo. Geiles Hörspiel, ey. Geiles Hörspiel geht hier unten weiter. Hier ist eine geführte Tour. Ja, ich musste hier erstmal oben ein bisschen Zeit verbringen, weil ich keine Lust auf Ladespeen hatte, weil er das Ganze unterbrochen hätte. Ich habe mir in der Hüttelschmund immer was zu den Atten aufgeräumt. Ich bin gleich nochmal weg. Ich habe gerade einen relativ dicken Handel laufen. Ich kriege einen explosiven Gatling Plasma. Tourshot. So, sprich, ich bin nachher erstmal wieder battlearm. Und mir fehlen zwei gute Waffen. Okay. Aber hey, Legacy-Waffen. Naja, immerhin. Man muss ja immer besser werden. Wofür auch immer. Ja, gut. Memo zur Tour-Richtlinie. Willkommen. Als neues Mitglied der unheimlichen Höhlenfamilie besteht Ihre Aufgabe zum Teil darin, mehrere geführte Touren pro Tag anzubieten. Unser Motto ist, den Gästen ein unheimliches Erlebnis zu verschaffen. Was bedeutet das für Sie? Erstens. Night Kid gibt es wirklich. Ernsthaft. Sie müssen echt daran glauben, um es anderen verkaufen zu können. 75% der Urlauber, die uns besuchen, haben schon einmal von Night Kid in den Boulevardblättern gelesen. Und wir haben die Aufgabe, ihn als echt zu verkaufen. Night Kid wurde hier geboren und ist bis zum heutigen Tage geblieben. Wir haben reichlich Literatur zum Thema, die Sie lesen können, bevor Sie Touren allein durchführen. Zweitens. So viel wie möglich verkaufen. Wir haben eine Menge Beschwerden darüber erhalten, dass unsere Touren, wilde Höhlen und Abenteuer extrem enttäuschend sind. Aber das bedeutet nur, dass die Besucherführer ihre Aufgabe nicht machen. Natürliche Höhlen gibt es überall. Hierher kommt man wegen der unheimlichen Atmosphäre und des Night Kid Mythos. Es ist Ihre Aufgabe, genau das zu bieten. Uns wurde berichtet, dass einige der Besucherführer während des verdunkelten Abschnitts der Tour einige recht unangenehme Dinge zugelassen haben. Das darf Ihnen nicht passieren. Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn es darum geht, wie Sie sich zu verhalten haben. Wenn Sie diese Punkte beherzigen, werden Sie zweifelsohne ein guter Mitarbeiter sein. Wir wünschen Ihnen einen unheimlichen Tag. Tja, da war das dann plötzlich so ein Black Room. So, jetzt komme ich auch mal in die Höhlen. Ich will Teil 2 hören. Unheimliche Geschichten. Oder was das auch immer war. So. Meine Fernirne, der hier geht nachher, ist er jetzt schon weg. Jetzt macht er erstmal sein Deal. Ich wette mal, hier lebt nichts mehr. Fernirne ist hier durchgelaufen. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich einfach mal durchsprinten. Okay. So. Hilft mir nicht weiter. Hirnpilz. Was war das? Ach, das ist das Holz. Es arbeitet. Holzküste brauche ich nicht. Es war Schläger brauche ich nicht. Tja, ich brauche überhaupt keine Aufbereitungsanlage, wenn ich ständig Wasser finde. So sieht es nämlich aus. Das ist alles so ein bisschen irritierend. Von hier. Ach so, hier geht es gar nicht weiter. Die unheimlichen Höhlen. Na gut, ich denke mal, das wird ein bisschen größer. Seien Sie gegrüßt, Abenteurer. Ich bin Dick Shale. Vielleicht kennen Sie mich noch von automatisch geführten Touren an Orten wie der Fancy Lads Fabrik und Prickets Fort. Alles beginnt beim gewundenen Tor. Während Sie die Treppe hinabsteigen, reisen Sie in ein Millionen Jahre altes Land zurück, das perfekt erhalten ist. Da Zeitreisen ganz schön hungrig machen, stehen für Gäste, die höherwertige Touren gebucht haben, kostenlose Kisten mit Dandy-Boy-Äpfeln bereit. Dandy-Boy-Äpfel. So frisch, dass sie niemals schlecht werden. Nachdem unser Fotograf diese einmalige, Erinnerung festgehalten hat, begeben Sie sich über den hölzernen Weg nach unten, um mehr über die faszinierende Geschichte der weltberühmten, unheimlichen Höhlen zu erfahren. Ah, dafür liegen hier aber ziemlich viele Skelette rum, muss ich sagen. Wieso leuchtet das, ey, Lila? Ich sehe ein Herz. Ist er überhaupt noch hier? Ne, okay. Das heißt, er handelt gerade fröhlich vor sich hin. Deswegen Herz da. Er dankt wahrscheinlich gerade. Okay, wo gehen wir lang? Rechts oder links? Irgendwann nach links. Also hier müssen irgendwo noch die anderen unheimlichen Geschichten liegen. Die will ich auf jeden Fall finden. Am besten in der richtigen Reihenfolge. So, was schwer werden könnte. Der richtige Irrgarten. Stirb! Drecksvieh. Oh, was? Wie? Verarsch mich halt noch mehr. Ein Banjo! Ist das eine Waffe? Oder ist das Schrott? Das ist Schrott. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh Gott, das... Das wird ja ein Desaster. Neun? Wieso neun? Das ist der Rückweg. Zehn? Ja gut, das ist der Rückweg. Ah, ich habe hier auch zwei. Glückwunsch, dass Sie es beim gewundenen Tor bis ganz nach unten geschafft haben. Die erquickenden Dandy-Boy-Äpfel ermöglichten diesen Kraftakt. Während dieser selbstgeführten Tour erleben Sie majestätische... natürliche Formationen, die ein außergewöhnliches Gefühl von Ehrfurcht vermitteln. Außerdem werden Sie Geschichten über den geheimnisvollen Night-Kit hören, der aus den Tiefen dieser Höhlen in die Fantasie von Millionen Menschen weltweit gesprungen ist. Begeben Sie sich nach links, um die Tour fortzusetzen und bleiben Sie bitte auf dem hölzernen Weg. Den Scheiß werde ich tun. Hier, guck sie an. Aber warum sperren die das ab? Als ob das jemanden abschrecken würde. Äh, guck mal, ich bin voll der Verbrecher, Alter. Zu langweilig. Okay, dann gehen wir weiter. Wir hören einfach mal auf die Stimme und machen die Tour. Ich denke mal, das ist am besten. So, ich muss aber genau aufpassen, damit ich hier bloß nichts verpasse. Sie befinden sich nun im Saal der Majestät, der aus drei wunderschönen, natürlichen Säulen namens König, Ritter und Knappe besteht. Wissenswertes am Rande. Säulen bilden sich über viele Jahre hinweg durch die Verbindung von Stalagmiten und Stalaktiten. Die Königssäule ist mehr als 200.000 Jahre alt. Ist so gut. Bei der ersten Untersuchung war der Saal der Majestät mit zwei Tonnen Abfällen und toten Nutztieren angefüllt, die Bauern aus der Gegend durch ein mittlerweile zugeschüttetes Loch geworfen hatten. Begeben Sie sich nach links, um die Tour fortzusetzen. Und werfen Sie bitte keinen Abfall weg. Was sagst du? Du gerade in dem Hörspiel zuhörst. Du bist in der Führung. Ich bin gerade bei der Führung, ja. Das heißt, ich werde wahrscheinlich diese Folge sehr ruhig sein. Oh, das ist gut. Ich glaube, ich habe mir dir auch noch nie komplett angehört. Bei welchem Punkt bist du gerade? Dann komme ich hinterher und höre vielleicht mit. Vier. So, kommst du jetzt oder muss ich alleine weitermachen? Ich muss erstmal Gewicht sortieren. Ich komme erstmal mit meinem Gewichtsmanagement nicht klar. Dann gehe ich erstmal weiter. So, Fern, ihr braucht noch ein bisschen. Wir gehen weiter. Vor ihnen liegt der Eingang zum Raum von Night Kit, wo die geheimnisvolle Kreuzung aus Mensch und Fledermaus zum ersten Mal entdeckt wurde. Night Kit wurde in völliger Dunkelheit von Fledermäusen umgeben gefunden. Er war 60 Zentimeter groß, wog 8,5 Kilogramm und hatte sich von Faltern ernährt, um zu überleben. Diesen Teil der Geschichte von Appalachia und mehr erleben Sie im Rahmen der Tour wilde Höhlen, die zu einem günstigen Preis separat gebucht werden kann. Begeben Sie sich nach rechts, um die Tour fortzusetzen. Lassen Sie bitte erst die Teilnehmer der Premium-Tour vorbei. So, was haben wir denn noch hier auch? Ein bisschen Wasser. Muss ich kochen? Ich glaube nicht. Oh! Dass ich die nicht ausgelöst habe. Habe ich den Pöck drin, dass ich das nicht tue? Ich weiß es nicht. Na schön, hast du es hier. Viel Spaß. Dann gehen wir mal weiter. Ich denke mal, wenn wir die Tour folgen, dann werden wir auch alle Geheimnisse sehen, die es hier gibt. Da sind wir schon lange gegangen. Das ist quasi die Abkürzung zurück. Oh, noch ein bisschen Wunderkleber nehme ich gerne. Obwohl ich eigentlich Schrauben suche. Warte. Fünf. Bevor Sie den Saal der Majestät verlassen, möchten wir, dass Sie die jahrzehntealte Tradition erleben, dem Nightkit zu lauschen. Wenn man zur richtigen Tageszeit still genug ist, kann man angeblich hören, wie Nightkit durch die dunklen Winkel der Höhlendecke huscht. Und jetzt sollten alle einen kurzen Moment lang still sein, wenn Sie sich trauen. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie die Treppe hinunter, um die Tour fortzusetzen. Achten Sie bitte darauf, wohin Sie treten. Vor Ihnen liegt die Halblinghöhle, die zweite Station unserer geführten Tour Wilde Höhlen. Die Halblinghöhle, benannt aufgrund der heimeligen Größe und der malerischen Umgebung, enthält einen Teich mit derartig reinem Wasser, dass man es schmecken muss, um es zu glauben. Das Nightkit hier so lange gedeihen konnte, lag vermutlich an der geschützten Lage, dem vorhandenen Süßwasser und den Käfern als Eiweißquelle. Begeben Sie sich nach rechts, um die Tour fortzusetzen. Wir möchten unsere Gäste daran erinnern, die Halblinghöhle bitte nicht ohne Premium-Tour-Ausweis zu betreten. Gibt es Wasser, das nicht verseucht ist? Naja. Schmutziges Wasser, ja danke. T45, bewegungsunterstützende Sensoren. Heißt du, überall findest du hier irgendwelche Penner? Super. Naja. Ist ja gut, ist ja gut, wir haben es alle verstanden. Du tust weh. So, sieben. Das sieht cool aus. Deep Cold Water. Das ist tatsächlich tief. Und Heidi ist scheiße. Was für eine Strahlung. Der nächste eindrucksvolle Halt bei unserer Tour ist Poseidons Passage. Benannt nach dem antiken griechischen Gott des Meeres, der Erdbeben, der Stürme und der Pferde. Der als Dreizack bekannte eindrucksvolle Stalaktit und Stalagmit zu ihrer Linken, wird sich eines Tages zu einer riesigen, natürlichen Säule verbinden. Das hier natürlich in der Höhle vorkommene Wasser ist nach der jahrhundertelangen Filterung durch den Fels so rein, dass sie ein Neugeborenes darin baden könnten. Überqueren sie die Brücke, um die Tour fortzusetzen. Aus rechtlichen Gründen raten wir den Gästen, auf dem Weg zu bleiben und sich vom Wasser fernzuhalten. Ich springe hier einfach mal rüber, einfach mal hier erkunden, einfach mal kurz die Seuche über uns ergehen lassen. Weiß nicht, ob ich hier unten irgendwas finde. Wir sollten hier definitiv schnell raus. Und mit der Baggerrüstung rein. Ich will nämlich sehen, ob da unten irgendwas ist. Licht an. Ist immer noch krass radioaktiv. Ja gut. Knöcheltief. Super. Okay, ich muss immer ganz kurz. Hilfsmittel. Äh, Red X. Und Runaway. Habe ich das schon? Nein. Okay. Ja cool. Und schon sind wir durch. War leider nix. Aber ein Versuch wert. Hätte ja was sein können. Oh, scheiße. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Egal, der Red X wird irgendwann aufhören. Können wir natürlich nicht mehr hoch springen wegen dem Red X, ne? Na gut, ich sehe da hinten eine Leiche, aber ansonsten nichts. Da wird also nichts Großartiges sein. Wir laufen ja sonst sowieso nur durch die Höhle. Ohne irgendwelche Gegner. Acht, war das sieben? Alter, wir kommen hier voll schnell voran. Der dritte Halt auf unserer Premium-Tour, wilde Höhlen, ist die sogenannte Sackgasse, wo es zur letzten Konfrontation zwischen Night Kit und den Marshals kam. Night Kit, mittlerweile ein 2,50 Meter großes Raubtier, wurde nach einer langen Jagd durch die Höhlen von seinen Häschern in die Enge getrieben und gefasst. Er blieb ein Jahrzehnt in Gefangenschaft, bevor er unter mysteriösen Umständen befreit wurde. Danach kehrt er in die Höhlen zurück, wo er bis heute lebt. Gehen Sie nach rechts hinauf, um die Tour fortzusetzen. Und achten Sie auf die Fledermäuse. Boah, bis heute lebt, weißt du, hier ist alles ausgebaut. Im Arsch. Ich werde, wir werden am Ende irgendwie was richtig Fieses sehen. Aber es wird bestimmt nicht Night Kit sein. Grogner der Baba. Heft 5. Oh, hier können wir wieder kochen. Hm, mega fault hier Rezept. Irgendein Ultrazitkram, sehr schön. Den habe ich doch gerne. Right away. Patron. Kleber. Ich glaube mittlerweile haben wir sogar mehr als genug Kleber. Okay, mal gucken, ob wir Night Kit heute noch finden. Fern hier ist da immer noch hinten. Hängt ein bisschen zurück. So. Also sind wir eigentlich schon wieder auf dem Rückweg, ne? Ich dachte, wir treffen einen Night Kit. Enttäuschend. Erstmal das Radio ausmachen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wieso. Bin ich überladen. Ich bin immer noch überladen. Na gut, ich hätte vielleicht gucken sollen, was ausgetrocknet bewirkt. So, Red X. Jetzt bin ich überladen. Keine Ahnung. Wird sich bestimmt regeln. Oder habe ich ja was eingesammelt währenddessen. Keine Ahnung. Nun erreichen wir das berüchtigte Teufelsopfer. Eine enge und gefährliche Verbindung durch die Mitte der Höhle zum Saal der Majestät. Es heißt, dass nur diejenigen diesen engen Abschnitt unbeschadet überstehen, die ihren Tribut an den Teufel entrichten. Die Reise durch das Teufelsopfer ist nur durch Buchung der Abenteuer-Extrem-Tour möglich. Weitere Informationen im Geschenkartikel laden. Begeben Sie sich nach links, um die letzte Station der Tour zu erreichen. Sehr gefährlich. Oh, dafür eine Extra-Tour buchen, alles klar. So, kommen wir zum Letzten. Sehr seltsam, wir haben aber nur ein Band gefunden. Ich dachte, wir finden jetzt noch mehr Bänder. An der letzten Station unserer selbstgeführten Tour hat alles begonnen. Der Saal des Krieges. Allein seine Größe und die gigantischen Formationen flößen Furcht und Respekt ein. Im Zentrum steht Odins Zahn, die größte natürliche Höhlenformation in Appalachia. Ein wahrhaft atemberaubender Anblick. Danke, dass Sie mit uns die unheimlichen Höhlen besucht haben. Kommen Sie bald wieder und erleben Sie die Touren, wilde Höhlen und Abenteuer-Extrem. Über die Treppe zu Ihrer Linken geht es zum Ausgang. Bitte statten Sie dabei auch unserem Geschenkartikelladen einen Besuch ab. Dick Shale verabschiedet sich und wünscht allen einen unheimlichen Tag. Ja. Enttäuschend. Wirklich enttäuschend. Aber gut, ich würde sagen, äh... Das war unser Abenteuer-Extrem. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Ich werde mich jetzt gleich wieder aufnehmen machen. Untertitelung des ZDF, 2020